Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 10. Ja dann quatschen wir doch mal Kimari an. Ach er will nicht mehr reden. Oh man. So ich glaube hierbei. Hier kriegen wir das mit der Schwerterweiterung. Huh? Wow. So. Und ihr seht. Mal gucken. Titus. Ihr seht jetzt Angriff 5, Angriff 10, Nässe schlagt, durchschauen. Cool. Das können wir ja erstmal drin lassen. Redet er trotzdem nochmal mit uns? Okay, dann gehen wir zu Lulu. Hm? Er ist tot, und ich bin noch immer wieder жив. Komm hier wirklich macht das wirklich klar. Ich sollte mehr auf was ich jetzt machen muss. Was? Was? Ich bin noch nicht sicher, was ich zu sagen. Das heißt nicht, dass du dich schlappst? Ich bin sicher, dass er ein guter Mann ist, aber nicht mit anderen. Hm. Das ist eine Möglichkeit. Hm. Wie geht es mit Wacca? Was? Ich mit Wacca? Ja, ihr zwei gut geht. Ich bin noch gut. Ich bin noch nicht mit Wacca. Ich bin noch nicht groß. Ich bin noch nicht so weit. Oh, sorry. Ich bin jetzt so gut. Ihr sollte gut das wissen. Wissen ein bisschen über Frauen könnte kommen in Hande. Ja. Ich bin noch ein bisschen von Wacca. Ja. Ich werde das wissen. Ich werde nicht vergessen. Tschüss, Chaapu. Hm, ja das stimmt eigentlich. Frauen versteht man manchmal sehr schlecht. In Bevel that day. My father had defeated Sin, and the whole town was out in the streets. Everyone was laughing. They all seemed so happy. If I defeated Sin, that would make everyone happy, wouldn't it? I must do what everyone wants, not just what I want. Let's go back. You gotta tell Seymour. Before that, call Sir Jack. Give it a try. Don't worry. He won't come. Trying not to think about my old man made me think about him, of course. See, told you. He isn't here because he's not dead. He's Sin. That means he's alive, you know. What if my old man really is Sin? What would I say to Yuna? Heck, to everybody in Spira. Wait, why should I have to apologize for him anyway? I'd rather never see him again. What makes you hate him so? Everything he does just makes me mad. It was his fault that me and my mother... Mom? It's her. She's very pretty. But... Wait. No one ever performed the sending for her. She must have accepted death while she was still alive. Whoa there. That's my mother you're talking about. Oh, I'm sorry. Hmm. It's okay. I think I just... figured something out. What? Why I hate my old man. See, so I told him what I thought of him right there. What? Really? Of course. I suppose, but... Mommy! Just a sec, dear. Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me. Maybe that's when I started to resent him, even hate him. When he left us, Mom just lost her energy. Is she alright? Why should you care? If she dies, I wouldn't know what to do. Don't say Mom is gonna die! I apologize. The old lady next door told me... When a love bird dies, the one left behind... It just gives up living, so it can join its mate. It was just like that. I hated my old man even more. But really, my old man... Mommy! Just a sec, dear. I'll go to him. You'll cry if you don't. And Flint again. He was good. Oh man. Hm? That must sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well, need some more time. No. I'm ready. Did I... miss something? Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. Oh! 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 Lord Jesko! Oh! Lord Jesko! He does not belong here. Why? Yuna, send him! What's with the ears? What's going on? Lord Jesko! He is Lord Jesko no more. Send him now! Oh, he let something fall. Talk later. We leave now. What was that just now? That really Lord Jesko? I don't understand how a man like Lord Jesko can die and not be sent. I would think that he was sent once. But he stayed on Spira. Something, a powerful emotion could have bound him to this world. Such things happen. That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death. So. Ja. Der eine Part hört auf mit Sequenzen und der nächste fängt gleich damit an. So. Hier waren wir ja schon. Ich glaube... ...wir können jetzt hier weg. Oh, hier unten steht er ja. I will go. Meet with Meister Seymour. Yuna! Jesko is the Guado's problem. Not yours. What? So, Lulu. What do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage continues, either way is fine. That's it? What if she doesn't even like the guy? Is that okay? People marry for many reasons. What's that mean? Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat Sin and bring joy to the people of Spira. Get married and bring joy to the people of Spira. For Yuna, they're just two ways down the same road. All you need is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. I just don't get it. Hm. I just don't get it. Hm. Uh, that's cool. Listen. If Yuna gets married, then I... What? That again? Yes. If she is to marry, I would want her to marry for love. See? But, if Yuna said she wanted to marry the one she loves, I would have to object. Huh? Uh, you're not making much sense. Ich weiß. Lulu? Ich habe genug gesprochen über das. Was? Entschuldigung, einfach über das. Ach so, Grumpy. Du verstehst, eine dieser Tage. Ich will nur noch nicht sagen. Noch nicht. Ich sollte das nicht sagen, aber nicht in Liebe mit ihr. Ich verstehe, aber... Du musst deine Gefühle innen halten, bis die Pilgerung vorbei ist. Hm. Ja, ich habe sie lieb. Und ich will nicht, dass sie den Seymour heiratet. So. Ja. Mach ich, Chef. Ich bereite dann alles vor. So. Wacker. Hast du mir noch was zu sagen? Hm. Mir macht das auch so. Aber hier fehlen doch noch welche. Wo ist denn... Ähm. Ich glaub... Ah ne, ne, ne. Moment, Moment. Oder wann? Wenn wir schon mal hier unten sind, können wir ja mal hier reingehen. Ob hier einer von uns ist. Nee. Aber ich speichere mal. Nee. Aber ich speichere mal. Und zwar oben auf die 1. So. Ich glaub, da müssen wir oben jetzt in dem Laden oben hin. Da müsste dann, äh... Auch jemand drin sein. Genau hierher. Ui. Ja, oder Kimarik. Kann so gehen. Gau do Potions good. Buy some before leaving. Mhm. Hast dich erstmal mit Potions vollgestopft. Geh trotzdem nochmal rein. Äh... Ja. Sonst ist hier keiner. Wo ist denn Rico? Wo ist das kleine... Ach hier ist er. Hä? Rico? Wenn wir hier gehen, müssen wir über die Thunderpläne gehen. Du weißt? Donnersteppe? Ja. Ich hasse Donner. Naja... Lange man sich nicht vom Blitz treffen lässt. Geht's doch, oder nicht? So. Und jetzt denke ich mal, da wir jetzt... Können wir den anrehen. Da kommt... Schilinder. Schilinder. Das ist Maester Seymour. Oder Lord Seymour. Oh, ich werde vorsichtig. Entschuldigung. Das ist alles gut. Oh! Maester Seymour left Guad-O-Salaam kurz vor kurzem. Einmal vor kurzem. Bist du ernsthaft? Ich glaube, er ging zum Tempel in Makalania. Maester Seymour ist auch der höhere Priester des Tempel. Wow! Ich muss den anderen erzählen. Ja. Und das werde ich jetzt auch mitteilen. Wieder mal ohne Untertitel. Klar. Geht schneller. Lord Jiskel. Bitte sag mir. Was kann ich tun, um zu helfen? Yuna! Los geht's! Ich mag diesen Ort nicht. Ich mag diesen Ort nicht. Sie sagten, Seymour ging nach Makalania Tempel. Makalania Tempel. Ich? Was ich nicht verstehe, ist... Warum würde der Lord Maester weggehen, ohne zu niemanden? Vielleicht erwartet er nicht so schnell Yuna. Ah, das ist wahrscheinlich das. Was ist das? Oh, nichts. Hm. Du bist ein pecher Lier. Es ist wahr, es ist nichts. Komm schon, los geht's. Hm. Ja, ein bisschen was verheimlich zu uns. Ja, sie hat ja da... Oben von dem Geist hat sie ja was gekriegt. Hm. Okay. Dann können wir jetzt endlich hier weg. Jetzt steht... Ach, das ist der, der jetzt da oben stand. Ja, ist klar. Tschüssi. Donnersteppe. Wald von Makalania. Ne, Makala... Na egal. Oh no. Oh, Riku. Was los. Haha. Das hat für jemand Angst. Wie solltet ihr das? Wie solltet ihr das? Sie sehen die Leitungen-Rod-Towers? Die Leitungen sind sie auf den Weg. Hoffentlich. Wir gehen nach links. Nicht zu nahe, nicht zu nahe von den Towers, ja? Das bedeutet, dass wir die breite, öbliche, öbliche Bereiche zu vermeiden. Ah! Ich glaube, ich habe etwas vergessen in Guad-o-Salam. Schön, dich zu wissen. Okay, okay. Ich gehe. Ja, die Donnersteppe durchqueren in der Gandorf Donnersteppe kann es vorkommen, dass Titus vom Blitz getroffen wird. Aua! Niemand weiß, wann und wo die Blitze einschlagen. Daher sollte man nicht regungslos rumstehen. Unterhalb von Blitzleitern schlägt der Blitz nicht ein. Man sollte stets Schutz suchen. Okay. Wenn jedoch kein Blitzableiter in der Nähe ist, kann man mit X Blitzeinschlägen ausweichen. Okay. Dazu muss man in dem Moment, in dem der Blitz aufleuchtet, drücken. Unterbrochen, X zu drücken, könnte allerdings gefährlich sein. Eine angenehme Reise. Oje, da ist eine Kiste. Oje. Ja, da hatte ich damals schon ganz schön Probleme. Ich wollte aber die Phönixfedern haben. Da hinten leuchtet ein Kaktus. Ah ja, und jetzt kommen natürlich richtig viele Zugangskämpfe. Aua. So, Kimari. Ja, greif mal das Ding an hier. Ui, Blitzer. Wosch. Äh, wie wär's mit, äh, wie wär's mit, äh, Wasser? Aua. So, jetzt wechseln wir aber mal. Luna kann mal, äh, nein, nicht beschwören. Äh, beten. Ja. So, dann nehmen wir Titos. Kann auch mal reinschlagen da. Zack. Dann kommt... Wacka. Äh, ne, nicht dass das Ding zu steilen wird. Da block ich mal wieder. Juna. Denn Rico muss noch rein. Ja, jetzt geht's wieder los, dass man alle annehmen kann. Klau mal. Elektrokugeln. Ah, hier kriegen wir die Elektrokugeln. So, Wacka, jetzt kannst du mal draufhauen. Immun ist das Ding auch noch. Zack. Oh ja. Kann sie noch mal klauen? Noch ne Elektrokugel. Äh, wir nehmen mal... Zack. Klauen. Noch ne Elektrokugel. Kann man ja richtig farmen, ey. Hm, ja, Wacka hört noch mal zu. Titos wird jetzt mal rausgehen. Da kommt jetzt mal, äh, Lulu rein. Sie können das Ganze beenden. Mit Wasser. Ich hätte natürlich zum Anfang Wasser. Ich hätte natürlich zum Anfang Wasser. Verwinden können. Aber es gibt sehr schön viele Erfahrungspunkte. Muss man schon sagen. Aua. Ja, komm ich noch mal da hin. Der lässt mich nicht hin. Wir nehmen allerdings keinen Schaden, wenn wir vom Blitz getroffen werden. Außer, dass wir hier einen weiteren... Den werde ich jetzt aber mal schnell... Ja. Äh, von wem klaust du denn? Ich klau mal von denen. Na, Hi-Potion. So, wacker. Ja. Hau mal den da weg. So. Feuer. Oh, das... Ich glaube, Wasser hätte den mehr Schmerzen bereitet. So, Kimari. Hau den mal weg hier. Hau den, du musst jetzt mal blocken. Hau den, du musst jetzt mal blocken. Hau, Titus. Ja, du blockst sicherheitshalber auch mal. Oh, das ist natürlich schlecht. Hau den, der zu nehmen wir aber... Yuna. Ähm. Ne, Moment, sie hat doch inzwischen Engel schon. Oh, der kostet aber viel. So. Und oh, der kann jetzt weghauen. So, dann sag ich mal, dann werde ich hier noch abspeichern und dann sag ich mal, tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Final Fantasy X und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. So. Aber ich gehe mal drauf was, da könnte man es nicht mehr so passieren. Ja, mein Gott. Ja. Vielen Dank.